Hi, ich bin Luisa und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Dieses Video ist ein Teil der Adventskalender-Serie von Lea Sophie. Ich verlinke euch ganz einfach mal ihren Kanal in der Infobox, genauso wie alle anderen Kanäle von den lieben Mädchen, die hier auch mitmachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Mein Video ist ganz kreativ, Leute, denn es ist ein Christmas mit Luisa Christmastag. Also ich beantworte euch ganz viele Fragen zum Thema, wie ist mein Weihnachten, wie verbringe ich mein Weihnachten, 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 weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin überhaupt noch nicht in Weihnachtsstimmung und deshalb versuche ich mich und euch halt auch in Weihnachtsstimmung zu bekommen. Von daher, hier sind meine Fragen und let's go! Erste Frage, wie verheerst du Weihnachten? Gibt es besondere Tradition? Nein, also wir haben keine besondere Tradition, jedes Weihnachten bei uns ist gleich. Also wir gehen erst in die Kirche, dann singen wir wieder. Dann packen wir Geschenke aus und dann essen wir. Genau, essen wir. Sogar das Essen ist Tradition. Aber ich finde das überhaupt nicht schlecht, weil so konzentriert man sich nicht immer auf den ganzen Ablauf und denkt sich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern man konzentriert sich halt wirklich eher auf die Familie und die Freunde, die da sind und ja, konzentriert sich wirklich eher so auf das Gemeinsamsein. Zweite Frage, mein Lieblings-Christmas-Film? Also mein Lieblings-Christmas mit Luisa Christmas-Film ist auf jeden Fall der Grinch. Ich liebe den Grinch so, so sehr. Also es gibt für mich keinen schöneren Weihnachtsfilm. Seitdem ich klein bin, liebe ich den Grinch und ich liebe den Grinch immer noch und ich kann jedes Jahr zu Weihnachtszeit den Grinch gucken, weil der Grinch absolut cool ist und mir halt auch teilweise aus der Seele spricht. Also nein, ich liebe den Grinch schon einfach so sehr. Dritte Frage, Lieblings-Christmas-Song. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Lieblings-Christmas-Song. Mir fallen viele Lieder ein, so wie Jingle Bells oder Santa Baby oder sowas. Aber so ein Lieblings-Song, wo ich mir denke, boah, das ist Weihnachten, habe ich eigentlich nicht. Was ich aber früher richtig mochte, als ich in der Grundschule war, war Stern über Bethlehem. Ich glaube, das ist so ein Standardlied für Grundschüler, das bis jetzt jeder gesungen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesungen habt. Schreibst du mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, ob wir was Besonderes waren oder eben mit Job waren. Frage Nummer vier. Trinkst du die Weihnachtszeit lieber Tee oder Kakao? Ganz klar Kakao. Ich liebe Kakao mit Lebkuchen. Ihr kennt bestimmt dieses Lebkuchen-Gebäck, das mal so ein Herzform ist. Und dann ist in der Mitte so ein Loch. Also wirklich dieses stinknormale Lebkuchen. Und das tunke ich so gerne in heißem Kakao ein, bis der Lebkuchen ein bisschen angeschmolzen ist. Und dann ist es zwar pur süß und pure Schokolade, aber es ist einfach perfekt. Probiert es aus. Wenn ihr es nicht ausprobiert habt, probiert es aus. Sonst, ja. Frage Nummer fünf. Was ist deine Lieblings-Weihnachtssüßigkeit? Und ja, zu allem Lebkuchen, was ich eben erklärt habe. Aber zu anderem liebe ich auch Spekulatius-Kekse. Damit kann man mich auch überall entlocken. Was ich aber überhaupt nicht mag, sind Dominosteine. Wollte ich nochmal so gesagt haben, Mama. Dann kommen wir auch schon zur Frage Nummer sechs. Und zwar backe ich meine Plätzchen lieber selber oder kaufe ich sie lieber selber? Ganz klar, ich backe sie lieber selber. Ich mag es total gerne, mit meiner Mutter dann in der Küche zu stehen und Plätzchen zu backen. Und ich habe dafür eigentlich immer so viel Zeit bei der Schule. Aber trotzdem ist es immer eine schöne Sache und es bringt richtig viel Spaß. Und man kann da so zehn Tonnen Streusel draufhauen, damit sie noch ungesünder werden, als sie eigentlich schon sind. Aber dann schmecken sie trotzdem ziemlich gut. Und Nummer sieben. Und zwar, wann beginnst du mit Weihnachtshopping? Endlich, immer so kurz vor knapp. Aber wenn ich irgendwie was sehe, was mir total gut gefällt und wo ich mir denke, okay, das ist auf jeden Fall was für meine Mutti oder für meinen Papi oder für meine Schwestis oder sowas, dann nehme ich das auf jeden Fall mit. Was war dein schönstes Geschenk? Also, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, weil ich mich immer über alle Geschenke gefreut habe. Ich weiß noch, okay, das sind so zwei Sachen, die mir einfach schon so im Gedächtnis rumschweben. Die sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, das Barbie Traumhaus. Die Barbie Stadtbilder ist das. Die hat Geräusche gemacht, die hatte eine Klingel, die hatte sogar eine Klospülung. Okay, das war ziemlich cool. Und ich habe Barbie geliebt. Das war schon ein Knochen und ich habe nicht damit gerechnet. Und dann noch ein Lillifee-Pferd, also so ein großes Kuscheltier-Pferd, auf das man sich setzen konnte und es hat auch Geräusche gemacht. Und zwar so Gewirr und dann so galopiert. Das war auch ziemlich cool. Und das war ein Einhorn. Das Lillifee-Pferd war ein Einhorn und man konnte wirklich drauf sitzen. Das war schon ziemlich cool. Hast du dieses Jahr einen besonderen Wunsch? Nein. Also bei mir ist das immer so, dass ich sozusagen unter der Woche richtig viele, ähm, ja, Wünsche habe. Aber sobald dann es so ernst wird, wie zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag, Ostern oder so, da habe ich nie einen Plan, was ich mir wünsche. Im Endeffekt heißt es doch eigentlich, dass ich wunschlos glücklich bin. Und dem könnte ich mittlerweile schon ziemlich zustimmen, ja. Das war es auch eigentlich schon mit den Fragen, die ich über die Christmas mit Luisa Christmas Feiertage habe. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was euer schönstes Geschenk war und was ihr euch dieses Jahr wünscht. Vielleicht habe ich ja ein paar Ideen drin. Mich würde es richtig freuen, wenn ihr mir einfach ein bisschen davon berichtet. Schaut bei den anderen vorbei. Wie gesagt, alles ist in der Infobox verlinkt. Von mir folgt auch noch ein zweites Adventskalender-Video am 12., aber nicht mit dieser Reihe, sondern mit einer anderen Reihe. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und viel Glück und Spaß und Erfolg und so weiter und so fort. Bis dann! Bis dann! Bis dann!